Hallo Freunde, ich habe hier wieder einen mächtigen Palettenstapel und auf jeden Fall den möchte ich mal zu Brennholz verarbeiten. Kurz und klein sägen, mal die Wut rauslassen. Von Zeit zu Zeit braucht man das und ihr seid mit dabei, deswegen bleibt dran. Soll es. Soll es. Das war das. Soll es. Soll es. Soll es. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Deswegen, ich liebe Paletten. Ich krieg sie gratis, muss sie nur hier herbringen. Meine Kettensäge macht das schon. Das war's für heute. 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 Später noch. Jetzt gibt's erstmal eine Pause mit Paulana Spezi. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt's mir mit einem Daumen nach oben. Schreibt mir was Nächstes in die Kommentare. Und ich werde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und Entschuldigung, ich habe die Flaschen mit der Kettensäge aufgemacht. Ich hatte keinen Flaschenöffner mehr zur Hand. Bis bald mal wieder. Ciao. Ja, wann jetzt? Gut, besser, Paulaner. Schnitt. Schnitt.